Willkommen bei Mercedes-Benz. Wie kann ich Ihnen helfen? Äh, die neue E-Klasse. Könnte ich Sie wohl Probe fahren? Diese Limousine kann sich jeden Fahrer anpassen. An jeden Fahrer? Eine Künstliche Intelligenz. Genau. Routinen synchronisieren, Komfort automatisch. War nicht zu übersehen. Video, Streaming, Musik und Gaming erfüllen höchste Entertainmentansprüche. Sensationell. Digital Wind Control macht Komfort noch individueller. Boomerster Surround Sound System für ein immersives Erlebnis. Videokamera und In-Car-Office für mobiles Arbeiten. Ornel, John-Jörg, Anne. Äh, Jordi Hassel. Und ab die Post. Und natürlich der intergalaktische Reisemodus. Also ich würde Sie direkt mitnehmen. Wir kommunuz, began mit einem Schuh-kampzen, inda architectめて täteерof parties. Abonniert sich damit um ein tasischer Ort безdäufiges. around potem attitudeun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.